so jetzt gehen wir mal hier hin und jetzt sagen wir erstmal Trim Trim, Oak trim ist eigentlich egal So, was haben wir da? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Achso, das ist passend Ich weiß nicht, haben wir so viele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Haben wir Haben wir 12 erstmal Ich weiß nicht, ob das so langt Komm, wir machen erstmal so Scheiße, wir hätten erstmal Genug davon herstellen sollen So, jetzt können wir hier machen So Gibt es eigentlich eine Möglichkeit? Eigentlich nicht Jedenfalls weiß ich sie gerade nicht Vielleicht produzieren wir auch dann zu viele Ich weiß es nicht, jetzt haben wir 40 Wahrscheinlich haben wir zu viele gemacht So Und diese Ander Was? Gut Was? Was? Ähm Achja, wir müssen ja noch ein tiefer Und wir brauchen auch die Oak trims Und wir nehmen auch die Oak trims von Wir nehmen die auch mit Wir nehmen alle bis auf 2 Meter So Weil Darum Da haben wir das noch nicht Wir machen das hier denn Das ist gleich wie tief Wo ist das denn runter? 1, 2 3 Dahin 1, 2 3 Also 3 Stück brauchen wir dann 3, 3 Das war eine Hölle noch passen 3, 3 Ja, ok Gut 3, 3 1, 2, 3 Da die ja sowieso damit verbunden sind 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 So 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Zum Glück haben wir hier ja auch noch ne. Ist ja egal welche wir da nehmen. Toll. Das war wieder so ein Arsch. So. Eins. Nein wartet. So. Mal gucken wir erst mal ob das langt. Na ja wieder 31 Stück. Das ist bestimmt lang. So. Hier. Da. Eigentlich können wir das auch so hier machen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Dann sind die eigentlich auch schon dran. Eins. Zwei. Drei. Ganz vergessen. So. Ja. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Nirgendwas vergessen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. So. So. Sollte jetzt überall angeschlossen sein. So. Auf der Reihe. Gibt man auch. Ist überall. Da ist auch überall. Und da ist überall. Okay. Das heißt wir haben 10 über. Das ist euch in Ordnung. Das ist nicht so wild. Das ist ganz okay. Achso. Nein. Scheiße. So. Jetzt ist die Frage. Welche Schubplan brauchen wir erst einmal? Ich würde vorschlagen. Unten auf jeden Fall nur vierer. Oder vierer und zweier. Auf der Seite wieder komplett vierer. Ja. Ja. Fangen wir erst mal mit den vierern. Wir brauchen sowieso erst einmal Sticks. Aber wir können auch erst mal gucken. Draw. Draw. Vierer. Ähm. Sind das die Großen? Ach. Dann muss man immer Thron für herstellen. Uuuuuh. Das ist ja problematisch. Okay. Wo ist denn jetzt hier bitteschön? Palm. Das ist doch Ork. Egal. Wir wollen jetzt erst einmal Thron. Und davon auch nicht zu wenige. Das heißt. Das sind acht. Sechzehn. Ne. So. Wir wollen auf jeden Fall immer sechzehn. Das ist. Ja. Das ist schon mal gut. Das war leicht. Ach Quatsch. Wir wollen über sechzehn. Wollen über vier. Ah. So. Dann haben wir sechzehn gerade mal. Sechzehn. Ey. Der Schwede. Echt. Das war echt so krass. Ich kann mich gleich mal dran erinnern. Das habe ich wohl gekonnt unterdrückt. So. Jetzt haben wir das. Weil das sind ja schon alleine neun. Neun. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Jetzt haben wir 32. Uff. Ah. Ich glaube wir haben genug Holz um das so oft zu machen. Ah. Super. Da haben wir jetzt halt 64 jedenfalls. Wollen wir schon mal anfangen. Eigentlich müssen wir auch erstmal hier drüben anfangen. Bevor wir da runter gehen. Erst einmal hier anfangen. Du 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 du. Oh. Das war einer. Upsala. Hallo. So. Der muss da wieder hin. Dann. Ah. Ah. Mist. Ne. Warum? Ich glaube so ein Bullshit dazu machen. Na gut. Dann müssen wir gleich einmal. Eins. Ist schon wieder verkehrt. So. So geht das. Kein Problem. Wenn man von oben guckt. So hin. So hin. So. Und hier ist es nicht genau anders. Hier fangen wir wirklich dann so an. Stop. Nur 3. Und hier spiel ich ihn ja auch. So. Neun mal drei. Da ist schon so viel von weg gegangen. Er ist nur dafür. Es ist krank. Es ist krank. Es ist so was von krank. Es ist krank. 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 Hallo. Wie viel da weg geht. Nur für so ein kleiner Dünsch. Okay. Das erwartet uns unten jetzt auch. Alles. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das ist aber doch verkehrt. Aha. Okay. Haben wir es denn hier drüben überhaupt richtig gemacht dann? Warte mal. Kann nur der hier verkehrt sein? Eins, zwei, drei, vier? Hä? Eins, zwei, drei, vier. Nein! Schitte. Wir haben immer vier. Oh Gott. Oh Gott. Echt. Tatsächlich. Ja. Nein. Dann war das ja doch... Mein Fehler, doof, 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 okay, Vorteil hier, kriegen wir schnell drauf gesetzt, das heißt hier auch vier, ne? Oh nein, deswegen auch, jetzt hat mich schon gewundert mit der Lampe hier, da gibt das einen Sinn. Dann war hier auch vier, dann, okay, gut, dann sind sogar noch mehr Dinger weg, okay, gut. Gut, okay, ist schon über die Hälfte weg, das heißt hier muss wieder weg, äh, so, der muss auch wieder weg, Mist, doof, das ist doof. Haben wir da drüben jetzt auch schon was gesetzt gehabt? Ne, ne, da hatten wir extra drin geguckt, ne? Wir hatten nur hier die Trims weggenommen, wir setzen jetzt erstmal wie das allererstes hin. So, haut nämlich hin, okay, 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 hier, ah, hier, hier. Okay, so, jetzt gehen wir drei hoch. Äh, da. So. Fertig, das war's schon wieder, kein Holz mehr. Schlimm, Alter, wir haben nicht viel geschafft, ne? Nicht viel geschafft. Wie viel kostet überhaupt denn die Zweier-Trims hier, die Zweier, da, äh, das sind doch dann die Zweier, ne? Zwei Kisten und das, okay. Boah. Ich lebe ihn kurz auch mal hinlegen. Holzhacker haben wir jetzt eine dabei oder zwei? Zwei, okay, gut. Also, wie das noch? Krass. Sehr, 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 krass. Zäh. Wo werden denn unsere Bar-Farm-Rout hinsetzen? Das ist auch ne Frage. Alla Fragen. So. Hier war Richtung Gari, wollen wir uns angucken. Also, das heißt, wir müssen jetzt ja mindestens, damit das langt. Keine Ahnung. Also, sechs Stacks Holz brauchen wir wahrscheinlich schon. Und wir müssen gucken, dass wir demnächst... Ah, wir haben auch Schwarzeichenholz liegen. Wir müssen sehen, dass wir da draus Truden basteln. Ja. Definitiv. Das ist ein bisschen aufgeteilt liegen, irgendwie noch. Ach, nö. Das ist ein bisschen verwachsener. Ja, tatsächlich. Okay. Oh, da sind wir mit den Enten hier links. Die gehen ja voll ab. Oh, ja. Bitte nicht den Weg stellen. Vielen Dankeschön. So, Holz, 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 Holz. Und hopp. Geschafft. Der scheint hier auch wieder verwachsen zu sein. Ach, da ist auch noch Holz. Schau an. Alles her. Oh, das ist hergegen. Was ist denn hier los mit dem Eichenholz zurzeit? Der ist ja richtig verwachsen ja alles. Boah, was ist denn da oben los? So, reingucken hier. Da hätten wir sicher auch noch Holz. Da ist auch noch Holz. Oh, das ist auch noch Holz. Fall mal runter, da. Der ist ja richtig scheiße gewachsen hier. Also wahrscheinlich ist er gut gewachsen im Feldnitz, aber... Es sieht so aus, als ob da noch ein Baum dabei wäre. Also müssen wir das Holz haben. So. Dann nehmen wir den weg hier. Okay, äh, ja. Nummer 1. Das ist, äh... Der war... Krass, der Baum. Okay, hier sind 3 Stück aneinander gewachsen. Ich hoffe, dass wir einfach noch hochgehen. Und nicht noch... Uäh! Okay, sieht gut aus. Da ist aber immer noch einer. Okay, hier auch. Oh, der Lied. Okay. So, schon mal. Gucken. Ah, da. Da ist er auch irgendwo hin. Dann müssen wir hier noch mal gucken. Da. Oh, was? Da ist ja schon ein anderer Baum wieder, ne? Hm. Laufen wir hier echt durch die Baumkronen. Blätterhacken verbraucht. Tatsächlich? Nee. Warum? Hängt ja mir blöden Blätter hier so im Weg. Wenn man wieder hilft, was solltesten, was solltesten, wie겠어. Danke für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank.